Der Umbau der Festung Dresden kommt gut voran. Bereits heute gab es einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Besucher und Besucherinnen künftig erwarten wird. Durch ein außergewöhnliches multimediales Konzept kann in 500 Jahre Festungsgeschichte eingetaucht werden. Die Entstehung der Festung, Böttchersuche nach der perfekten Formel für das weiße Gold oder die zahlreichen Feste auf der Brüllchen-Terrasse werden mithilfe überdimensionalen Screens, LED-Bildschirmen, Sound und auch Geruch erlebbar gemacht. Baut hier eine solche Festung schnell oder seid dazu nicht in der Lage. Gut 8 Millionen Euro kostet der Umbau. Ab Herbst soll sich die Festung als eines der modernsten und innovativsten Museen der Bundesrepublik Deutschland präsentieren.